Hallöchen! Hallo! Wir hatten Videowünsche gepostet bzw. was ihr vielleicht für Vorschläge habt und da stand dann drunter gegenseitig schminken und das haben wir so noch nie wirklich viel gemacht. So generell haben wir beide auch noch nie jemand anderen wirklich geschminkt, haben wir vorhin festgestellt. Genau. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, also ich habe da was im Kopf. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel Make-up für den einen oder anderen. Ich wollte aber gerne mal konturieren so ein bisschen und ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, ob mir das gefällt und im Gegenzug wird sie mich dann noch schminken. Vielleicht ist es dir zu wenig Make-up bei deinem Gesicht wahrscheinlich. Ja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Viel Spaß! Töne 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich seh aus wie Kim Kardashian. Ja, oder? 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 Ja, oder?